Ich grüße euch zu meinem Bildeinstellungsvideo für den Samsung S95D QD OLED TV. In diesem Video präsentiere ich euch meine persönlichen Bildeinstellungen. Das bedeutet für euch effektiv, dass ihr entweder die Bildeinstellungen 1 zu 1 übernehmen könnt, aber auch daraus eure eigenen Bildeinstellungen basteln könnt, wenn ihr andere Vorlieben habt. Ihr solltet nur wissen, wenn ihr diese Bildeinstellungen jetzt 1 zu 1 übernehmt, dass ihr damit normperfekte Bildeinstellungen bekommt, um das Maximum aus dem S95D herauszuholen. Wendet ihr jetzt eure eigenen Einstellungen an, kann es sein, dass ihr dann nicht mehr diese genaue Darstellung bekommt, die ich jetzt mit diesen Bildeinstellungen erzielt habe. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig zu wissen. Ihr habt die Freiheit das zu machen, aber solltet dementsprechend das beachten. Und ich habe noch eine ganz kleine Bitte an euch und zwar ist es mir sehr sehr wichtig, dass ihr bitte die einzelnen Kapitel, die auf euch zutreffen, wirklich von Anfang bis Ende anschaut. Nicht einfach nur die Einstellung stupide übernehmen und sich dann am Ende wundern, warum ist das jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da ich in diesen einzelnen Kapiteln nämlich Tipps und Tricks gebe und Erklärungen, warum ich das jetzt so einstelle. So dass ihr das wirklich sehr sauber nachvollziehen könnt und dann verstehen könnt, ah deswegen stellt ihr das so ein. Das ist also sehr sehr wichtig. Schaut euch bitte die einzelnen Kapitel wirklich von Anfang bis Ende an. Vor allem das erste Kapitel ist sehr wichtig, da ich dort wichtige Grundeinstellungen präsentiere, um überhaupt meine Einstellung richtig anwenden zu können. Okay, das auf jeden Fall dazu. Jetzt würde ich sagen, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Alles klar. Wovor wir jetzt aber in die Einstellung gehen, würde ich ganz kurz euch präsentieren wollen, was erwartet euch denn jetzt eigentlich hier in diesem Video. So dass ihr schon mal vorweg wissen könnt, okay, dieses Kapitel kann ich euch ja sparen, das brauche ich gar nicht, weil dafür verwende ich den TV nämlich nicht. Okay, schauen wir uns mal kurz an, was erwartet euch denn jetzt hier in diesem Video. In diesem Video präsentiere ich euch insgesamt sechs unterschiedliche Kapitel mit Einstellungen. Und da habe ich ja eben schon gesagt, dass das erste Kapitel sehr sehr wichtig ist. Und zwar das Kapitel mit den allgemeinen wichtigen Grundeinstellungen. Die sind äußerst wichtig, dass ihr diese wirklich eins zu eins übernehmt, so dass ihr die nachfolgenden Einstellungen überhaupt richtig anwenden könnt. Daher das erste Kapitel ist auf jeden Fall äußerst wichtig. Dann geht es weiter mit den eigentlichen Bildeinstellungen. Und dort unterscheiden wir je nach Dynamikbereich und ein bisschen nach Genre. Und da beginnen wir im zweiten Kapitel mit den SDR Nachteinstellungen. Diese Einstellungen sind dafür gedacht, wenn ihr jetzt natürlich bei Nacht schaut und der Raum maximal abgedunkelt ist, es kann auch bei Tag sein, aber wenn der Raum maximal abgedunkelt ist ohne Raumbeleuchtung, dann sind diese Einstellungen für euch relevant, da wir da unterschiedliche Helligkeits-Einstellungen anwenden müssen. Und im dritten Kapitel gibt es das Ganze dann von der anderen Seite und zwar für die Tagdarstellung. Also wenn ihr am Tag den Fernseher nutzt oder mit einer Raumbeleuchtung sind dann die Einstellungen für SDR Tag für euch relevant. Die sind so gedesignt die Einstellungen, dass die dann effektiv je nach Raumbeleuchtung die gleiche Darstellung präsentieren. Beziehungsweise nahezu die gleiche Darstellung. Okay, dann geht es weiter im vierten Kapitel mit den HDR-Einstellungen. Bei den HDR-Einstellungen solltet ihr auf jeden Fall jetzt schon mal gleich wissen, dass diese grundsätzlich immer in abgedunkelten Raum verwendet werden sollten, da HDR nur in abgedunkelten Räumen wirklich den Effekt erzielt, den es auch erzielen möchte. Jedenfalls, die HDR-Einstellungen sind hier dementsprechend natürlich für HDR10-Inhalte als auch natürlich für HDR10-Plus-Inhalte gedacht. Okay, und zum Schluss kümmern wir uns natürlich noch um die Gaming-Darstellung. Einmal natürlich in HDR und natürlich in SDR. Wenn ihr euch jetzt gleich fragt und hast du keine Sporteinstellungen, natürlich habe ich diese. Diese sind gleichzeitig die SDR Tag-Einstellungen. Dort könntet ihr dann gegebenenfalls die Zwischenbildberechnung noch hinzuschalten, wenn ihr das wollt. Ansonsten sind meine Sporteinstellungen gleich mit den SDR Tag-Einstellungen. Okay, das sind jetzt auf jeden Fall die sechs Kapitel, die euch jetzt hier in diesem Video erwarten werden. Und wir beginnen jetzt mit dem ersten Kapitel, mit den allgemeinen Grundeinstellungen. Okay, das dazu. Jetzt beginnen wir mit den wichtigen Grundeinstellungen. Um die wichtigen Grundeinstellungen vorzunehmen, müssen wir jetzt mit der Zahnrad-Taste in dieses Menü gelangen, welches hier unten links dargestellt wird. Und dann gehen wir jetzt hier in das Zahnrad-Menü, gehen dort rein, dann öffnet sich jetzt hier dieses kleine Schnellauswahl-Menü. Und dort gehen wir jetzt in alle Einstellungen, sodass wir wirklich alles parat haben. Wenn wir da reingehen, bekommen wir dieses Menü und beginnen dort mit den Einstellungen unter Verbindung. Dann geht es weiter dort unter Externe Geräteverwaltung, AnyNet Plus. Damit beginnen wir. Und zwar das HDMI-CC. Das aktivieren wir jetzt hier an dieser Stelle. Das ist durchaus eine sehr nützliche Funktion. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit eurer Samsung-Fernbedienung das externe Gerät wie eine Soundbar oder auch ein Affair Receiver steuern wollt. Und vor allem dann letztendlich eARC bzw. ARC nutzen wollt. Um natürlich dann ein Audisignal über das HDMI-Kabel an eure Soundbar oder Affair Receiver weiterzuleiten. Und natürlich die Möglichkeit haben, externe Geräte wie eine Soundbar und Co. mit dem Fernseher automatisch einschalten zu lassen. Okay, dann geht es weiter mit dem Punkt erweitertes Eingangssignal. Eine sehr wichtige Sache. Und zwar solltet ihr hier für alle HDMI-Eingänge das erweiterte Eingangssignal aktivieren. Unter Umständen kann es sein, dass manche HDMI-Eingänge schon aktiviert sind. Da die Samsung-TVs dies normalerweise, wenn sie ein entsprechendes Signal bekommen, schon automatisch durchführen. Ich empfehle euch das Ganze hier nochmal zu überprüfen und dann letztendlich diese Einstellung vorzunehmen, dass bei allen HDMI-Anschlüssen das jeweils aktiviert ist. So dass wir dann letztendlich, und dafür ist diese Einstellung gedacht, dann HDR nutzen können als auch 4K mit bis zu 120 bzw. 144 Hertz. Okay, dann geht es weiter mit dem Punkt weiter unter Verbindung und zwar Einstellungen des Spielmodus oder Spielemodus. Und hier setzen wir jetzt erstmal den Spielemodus auf automatisch. Das ist jetzt erstmal so ein Ding, da müssen wir noch ein bisschen differenzieren. Beim SDR-Betrieb werden wir dann noch ein paar andere Einstellungen vornehmen müssen, aber dazu dann, wie gesagt, im SDR-Gaming-Kapitel mehr zu. Ansonsten, wenn wir hier schon so Dinge einstellen können, halt soweit alles deaktivieren. Vor allem auch Motion-Plus-Einstellungen für Spiel bitte deaktivieren. Den ganzen Kram solltet ihr nicht nutzen, wenn ihr eine perfekte Darstellung haben wollt. Dann geht es weiter mit dem Punkt Allgemein- und Datenschutz. Wenn wir da reingehen, gehen wir jetzt unter den Punkt Ein-, Aus- und Energiesparen und dort deaktivieren wir jetzt erstmal die Helligkeitsoptimierung. Das ist eine Automatik, die die Panelhelligkeit je nach Umgebungslicht anpasst, was ja semi-gut funktioniert und ich hier grundlegend immer feste Einstellungen vordefiniere, um immer die maximale Bildqualität zu bekommen. Daher meine Empfehlung hier, Helligkeitsoptimierung deaktivieren. Dann Energiesparlösung aus, bewegungsgesteuerte Beleuchtung aus, automatisches Energiesparren aus, wenn das alles jeweils aktiviert ist und dann automatisches Ausschalten. Das ist etwas, was ich hier grundlegend euch empfehle, was einzustellen. Vor allem beim OLED-TV ist das etwas sehr Interessantes, aber auch grundlegend bei jedem TV-Gerät empfehle ich euch hier einen Wert einzustellen. Da könnt ihr frei wählen, was ihr wollt. Ich empfehle hier immer vier Stunden, einfach aus dem Grund, ich meine, wir sind ja alle Menschen. Manchmal kann es passieren, wenn man abends an TV schaut, dass dann die Euklein schon zufallen und dann läuft der TV nicht unbedingt die ganze Nacht mit. Das muss jetzt nicht sein. Dementsprechend kann man hier definieren, dass der Fernseher sich zum Beispiel nach vier Stunden ohne Eingabe dann entsprechend automatisch deaktiviert. Der Fernseher blendet dann aber nochmal eine Meldung ein, sollte er das dann machen. Dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, quasi auf den Knopf zu drücken. Okay, und dann haben wir jetzt hier letztendlich noch Griffsensor der Fernbedienung, habe ich jetzt hier aktiviert gelassen. Könnt ihr aber für euch natürlich selbst entscheiden. Okay, weiter geht es mit dem nächsten Punkt und zwar Bildschirmpflege. Das ist die ganze Sache mit der OLED-Panelpflege. Da gehen wir rein und letztendlich empfehle ich euch hier Pixel Shift zu aktivieren. Das ist eine sehr wichtige Funktion der Anti-Burn-In-Prävention. Das solltet ihr aktivieren. Was macht diese Funktion? Das sorgt dafür, dass das Bild manchmal so ein bisschen nach links und rechts geschoben wird und nach oben, nach unten. Habt ihr manchmal eine Kante ein bisschen breiter als die andere. Das sorgt dafür oder soll dafür sorgen, dass entsprechende statische Bildinhalte so ein bisschen verteilt werden. Ich empfehle euch, dies hier zu aktivieren. Und die Logo Helligkeit anpassen auf hoch. Das ist dementsprechend die Einstellung, dass hier die Einblendungen wie zum Beispiel die Spielstandanzeige beim Fußballspiel und Co. abgedunkelt werden. Sodass wir da dementsprechend keinen so starken statischen Effekt haben. Entsprechend auch hier wieder eine Burn-In-Prävention. Und zum Schluss gibt es hier noch den Punkt Pixel-Auffrischung. Das ist etwas, das solltet ihr erstmal grundlegend ignorieren, bis der Samsung TV euch dazu auffordert, dieses durchzuführen. Das wird der Samsung TV, ich denke mal noch nach einiger gewissen Stundenanzahl, manchmal nach 500, 1000 Stunden, wird der Samsung TV dies entsprechend einfordern und dann solltet ihr das durchführen. Sollte der TV dies nicht machen und ihr habt den TV wirklich schon lange verwendet, dann könnt ihr hier reingehen und das mal durchführen. Das schädigt das Panel jetzt nicht, aber ihr solltet das nicht regelmäßig machen im Sinne von einmal die Woche. Das empfehle ich euch jetzt nicht, sondern nur dann, wenn der TV das wirklich möchte oder er ist nicht dementsprechend informiert. Dann so nach 500 Stunden empfehle ich euch das mal durchzuführen. Okay, dann geht es weiter mit dem nächsten Punkt und zwar unter allgemein Datenschutz wieder und zwar Start-Bildschirm-Optionen. Das ist eine sehr wichtige Sache, wie ich persönlich immer finde, wo ich jetzt hier Smart Hub Home als Start-Bildschirm deaktivieren, als auch letzte App automatisch ausführen ebenfalls deaktivieren. Den Rest könnt ihr dementsprechend aktiviert lassen. Was ist das hier effektiv? Und zwar finde ich es immer ganz angenehm, wenn der TV in den letzten HDMI-Eingang startet, den ich zum Schluss verwendet habe, da ich grundsätzlich immer HDMI-Eingänge verwende. Und wenn ich nämlich jetzt hier Smart Hub Home als Start-Bildschirm aktiviere, dann geht er mir jedes Mal beim Start in dieses Smart Hub von Samsung, was auch teilweise relativ langsam ist. Und das finde ich immer sehr umständlich, weil ich dann sowieso in den HDMI-Eingang wechsle. Dementsprechend deaktiviere ich das hier immer, sodass er gleich dann wieder in den HDMI-Anschluss geht, wenn ich den TV einschalte. Das könnt ihr natürlich auch für euch persönlich selbst entscheiden. Ich empfehle euch nur, das hier dementsprechend zu deaktivieren. Okay, das dazu. Jetzt kommen wir zu den richtigen Bildeinstellungen. Wir starten jetzt mit den Einstellungen bei SDR Nacht. Wie der Name ja schon sagt, SDR Nacht sind diese Bildeinstellungen jetzt für einen maximal abgedunkelten Raum, als wärt ihr im Kino. Dafür sind diese Bildeinstellungen jetzt gedacht. Wendet ihr jetzt eine Raumbeleuchtung an oder nutzt diese Bildeinstellungen jetzt zum Beispiel auch bei Tag, werdet ihr sehr schnell feststellen, dass das Bild viel zu dunkel ist. Dann habt ihr auf jeden Fall die falschen Bildeinstellungen. Sehr wichtig. Das ist jetzt für den absoluten abgedunkelten Raum. Okay, beginnen wir jetzt mit den Einstellungen. Welchen Bildmodus verwenden wir hier? Und zwar den Bildmodus Filmmaker Mode. Aus meiner Sicht der einzige Bildmodus überhaupt bei den Samsung TVs, der eine entsprechende Grundbasis bietet, um wirklich gute Bildeinstellungen zu produzieren. Da habe ich mich jetzt hier für den Filmmaker Mode entschieden, da dieser gezwungenermaßen dafür sorgt, dass keine Bildverbesserer im Hintergrund laufen. Das ist mir bei Samsung TVs vor allem immer sehr, sehr wichtig, da hier leider sehr gerne viele Bildverbesserer im Hintergrund laufen, die das Quellmaterial leider sehr stark beeinflussen. Daher nutzen wir jetzt hier den Filmmaker Mode, welcher hier nach der QHD Alliance Vorgabe entsprechend arbeitet. Okay, welche Einstellungen nehmen wir vor? Und zwar fangen wir an mit den Einstellungen der Bildgröße und dort lassen wir es eigentlich so eingestellt. 16 zu 9 Standard und am Bildschirm anpassen auf 1. Sollte das jetzt hier ausgegraut sein, ist das kein Fehler, sondern ihr seid im App-Betrieb. Das ist vollkommen normal. Okay, weiter geht es mit dem nächsten Punkt und zwar Experteneinstellungen. Und jetzt gehen wir tiefer in diese Einstellungen rein. Und wie ich ja schon gesagt habe, das Ganze ist für die Nacht, für den abgedunkelten Raum vorgesehen. Und dementsprechend haben wir jetzt hier die OLED-Helligkeit, die Panel-Helligkeit auf 16 stehen. Das habe ich mit einem Messgerät entsprechend eingestellt auf ungefähr 100, 110 Nits, sodass wir dementsprechend hier die Norm einhalten. Eine zu hohe Helligkeiteinstellung bei der OLED-Helligkeit sorgt dafür, dass Farbhelligkeitsabstufungen sichtbar werden und ihr entsprechend möglicherweise Banding im Bild habt. Daher empfehle ich euch bei Nacht wirklich jetzt hier diese Einstellung auf 16 zu setzen mit diesen entsprechenden 100 Nits Vorgabe. Okay, weiter geht es mit Kontrast auf 45 und die Schärfe auf 0. Bei Schärfe ist sehr wichtig. Moderne TVs haben eine Grundschärfe. Die nutzen die Quellenschärfe. Und es gibt heutzutage kein Nachschärfen mehr bei Fernseher. Wenn man das nämlich durchführt, werden letztendlich Konturen nachgezeichnet, wodurch Doppelkonturen entstehen. Und vor allem, wenn ihr jetzt natürlich Bildrauschen im Bild habt oder Kompressionsartefakte bei Streamingdiensten, werden diese natürlich auch nachgezeichnet logischerweise. Und das sorgt dafür, dass diese Effekte noch verstärkt werden. Da empfehle ich euch die Schärfe jetzt hier auf 0, maximal 10 Prozent. Also müsstet ihr ausgerechnet ungefähr 10 Prozent. Könntet ihr noch draufschlagen. Aber das ist so wirklich das absolute Maximum, was ich euch hier empfehle. Okay, dann Farbe auf neutral 25. Das sollte standardmäßig aber auch schon so eingestellt sein. Der Filmmaker Mode ist ab Werk eigentlich auch schon sehr gut eingestellt. Muss ich ganz ehrlich gesagt noch am Rande erwähnen. Ich habe hier nur so ein, zwei Optimierungen durchgeführt. Okay, dann Farbton auf 0. Bildeinstellung auf alle Quellen anwenden. Könnt ihr für euch selbst entscheiden. Dann geht es weiter mit Bildschärfereinstellung. Das habe ich auf Aus. Dann geht es weiter mit Kontrastverbesserung. Sehr, sehr wichtig. Diesen Kollegen bitte vollkommen deaktivieren. Der sollte auch deaktiviert sein standardmäßig. Dann die beiden HDR Dynamikkompression. Das interessiert uns jetzt für SDR nicht. Filmmodus sollte der eingeblendet sein. Dann diesen bitte aktivieren. Farbton. Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Teil. Und zwar zu der ganzen Weißabgleich Geschichte. Farbton auf Warm 2. Sehr, sehr wichtig. Ich kann verstehen, wenn ihr sagt, das findet ihr irgendwie gelblich. Ja, aber versucht es erstmal eine Zeit lang. Ihr werdet feststellen, dass das Bild dadurch wesentlich angenehmer ist. Ich habe das eine Zeit lang auch immer so ein bisschen persönlich nicht so wahrhaben wollen. Habe das persönlich dann immer auf Standard gestellt oder auf eine neutrale Farbtemperatureinstellung. Habe die Fernseher zwar mit einer Warm 2 Einstellung oder maximalen Warmtemperatureinstellung getestet. Aber habe dann selber persönlich immer etwas anderes eingestellt. Habe mich dann vor einigen Jahren aber dann hingesetzt und gesagt, oh Markus, du machst das jetzt. Du wirst dich jetzt versuchen an die Norm zu gewöhnen. Habe das mal durchgeführt. Und ich sage euch, nach einer Woche wollte ich nicht mehr zurück. Die Darstellung ist deutlich besser, wenn man eine warme Farbtemperatur fährt. Wollte ich damals auch nicht wahrhaben, ist aber wirklich der Fall. Und dementsprechend empfehle ich euch das natürlich auch. Und wenn ihr das nicht gewohnt seid, macht das mal so 2-3 Wochen und schaltet dann mal wieder zurück. Dann werdet ihr feststellen, oh Gott, wie konnte ich das nur machen. Okay. So, jetzt ist es aber so, dass beim S95D ja der Fall ist, dass dieser, wie ich es in meinem Revue-Video festgestellt habe, eine leicht verzogene Darstellung hat, ins magenta-rosa-farbene teilweise. Und jetzt habe ich dementsprechend einen 2-Punkte-Weißabgleich durchgeführt, den ich euch jetzt hier gerne zur Verfügung stellen möchte. Aber das ist eine rein optionale Sache. Das ist etwas, was ich nur euch empfehle, wenn ihr das wirklich mal ausprobieren wollt. Ihr müsst das aber nicht übernehmen. Es kann nämlich sein, dass die Panels so ein bisschen unterschiedlich sind, dass der Weißabgleich nicht 100% passt. Ihr könnt es aber, wie gesagt, ausprobieren. Daher, wie gesagt, Weißabgleich, was jetzt kommt mit dem 2-Punkte-Weißabgleich, ist absolut optional und könnt ihr, wenn ihr Bock habt, ausprobieren, aber auch definitiv ignorieren. Werdet ihr dementsprechend jetzt nicht komplette Nachteile haben. Aber, wie gesagt, mit den Einstellungen wird es noch etwas genauer, sollte das Panel entsprechend arbeiten. Okay. Also, gehen wir da mal rein in den Weißabgleich unter 2 Punkte. Da habe ich das jetzt hier wie folgt eingestellt. Wenn euch das Bild jetzt, wenn ihr das jetzt so eingestellt habt, und ihr feststellt, das Bild ist aber irgendwie stark grünlich, dann ist es so, dass dieser 2-Punkte-Weißabgleich zu aggressiv für euer Panel ist. Dann macht vor allem jetzt hier oben bei Air Gain, also Rot Gain, geht da ganze Sache ein bisschen weniger dran. Also geht jetzt hier zum Beispiel auf minus 4 oder minus 3, minus 5, dass es ein bisschen mehr Rot mit im Bild ist. Den Rest würde ich so lassen, wie es eingestellt ist. Aber hier würde ich auf jeden Fall dann, wenn es zu grün ist, ein bisschen mehr Rot mit reinrechnen. Entsprechend so auf minus 5, minus 3. Das ist so das Einzige, was ich euch noch empfehlen kann. Wenn ihr diesen Weißabgleich jetzt wirklich anwendet und das Bild zu grün erscheint, dann macht ein bisschen mehr Rot noch mit ins Bild. Okay. Das auf jeden Fall zu dem 2-Punkte-Weißabgleich. Nochmal betont, rein optional. Okay. Weiter geht es jetzt mit dem nächsten Punkt. Und zwar Gamma bitte auf BT1886 belassen. Wir wollen ja dementsprechend die genaue Gamma-Darstellung haben gemäß der Norm. Da habe ich BT1886 auf 0 und Schattendurchzeichnung auch auf 0. Dann Farbraumeinstellung hier dementsprechend auf automatisch. Und zum Schluss haben wir hier noch die Farboptimierung. Wir wollen hier nichts optimieren. Wir wollen die quellengenaue Darstellung haben. Die genaue Darstellung möchten wir haben. Wir wollen keine Automatiken haben. Dementsprechend das Ganze auf aus. Intelligente Kalibierung ist für den Filmmaker-Mode sowieso vollkommen irrelevant. Und solltet ihr auch nicht anwenden. Das würde sowieso nur den Filmmodus, also den Samsung eigenen Filmmodus kalibieren. Und das ist auch eher suboptimal. Dann Spitzenwert für Helligkeit habe ich jetzt hier auf ausgesetzt. Das könntet ihr theoretisch aktivieren. Habt ihr die Möglichkeit vielleicht noch so einen kleinen HDR-Effekt bei SDR-Inhalten zu provozieren. Kann man machen. Ich empfehle euch hier aber bei den Samsung-TVs dies zu deaktivieren. Machen wir weiter jetzt mit den SDR-Tageinstellungen. Und wie auch hier der Name sagt, sind diese Bildeinstellungen jetzt ausschließlich für einen hellen Raum mit einer starken Raumbeleuchtung oder Tageslicht vorgesehen oder grundlegend, wenn ihr eine Raumbeleuchtung verwendet. Bitte nicht die Nachteinstellungen für eine Raumbeleuchtung verwenden, sondern hier diese Tageinstellungen. Die sind dafür optimiert. Aber bitte auch nicht die Tageinstellungen beim abgedunkelten Raum verwenden. Auch sehr, sehr wichtig, weil sonst werdet ihr sehr massiv an Bildqualität verlieren. Okay, welchen Bildmodus verwende ich jetzt hier? Wir können jetzt hier nicht den Filmmaker-Mode nehmen. Sonst müssten wir jedes Mal, wenn wir Tag- und Nachtwechsel haben, die Einstellung immer umstellen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Dementsprechend verwenden wir jetzt hier einfach einen anderen Bildmodus, den wir dann dafür entsprechend einstellen, der da quasi einen Platzhalter darstellt. Jetzt müsst ihr dann quasi für Nacht dann auf Filmmaker-Mode wechseln und für Tag auf Film. Das könnt ihr auch im Schnellauswahlmenü machen. Dementsprechend ist das nur ein kleiner Eingriff. Okay, dann nehmen wir dementsprechend jetzt hier für den Tag-Modus den Bildmodus Film. Der Samsung-eigene Filmmodus ist durchaus brauchbar. Es ist jetzt nicht so, dass der eine Katastrophe ist. Auf keinen Fall. Der ist relativ gut tatsächlich. Dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, diesen jetzt hier zu verwenden. Die anderen Bildmodi sind aber, um es ganz vorsichtig auszudrucken, für die Tonne. Also ganz ehrlich. Okay. Also Bildmodus Film. Dann geht es weiter mit den Einstellungen der Bildgröße. Das setzen wir jetzt hier wieder auf 16 zu 9 Standard und auf Bildschirm anpassen auf 1. Sollte das jetzt hier bei euch ausgegraut sein, seid ihr im App-Betrieb, das ist vollkommen normal. Das geht nur für die HDMI-Eingänge. Okay. Weiter geht es mit den Experten-Einstellungen. Und hier habe ich jetzt tatsächlich die Helligkeit aufs Maximum gesetzt. Das ist etwas, was ich persönlich immer so ein bisschen mit Vorsicht genieße. Ich mache das jetzt hier aus diesen Gründen, weil ich davon ausgehe, dass ihr wirklich eine sehr aggressive Raumbeleuchtung habt oder wirklich eine Fensterfront mit Sonnenlicht. 50 ist eine Einstellung, die eigentlich nicht korrekt ist und hier eher nicht eingestellt werden sollte. Ich empfehle euch jetzt hier eher auf 45, 43 zu gehen. Denn mit einer maximalen OLED-Helligkeit-Einstellung kann es zu Farbhelligkeitsabstufungen kommen, zum Bending bei SDR-Betrieb und das solltet ihr vermeiden. Ich habe das jetzt hier nur rein platonisch so eingestellt, um sicherzustellen, solltet jetzt jemand, die sich dieses Video hier nicht komplett anschauen und eine starke Raumbeleuchtung haben, dementsprechend jetzt hier nicht unbedingt die Probleme hat. Da bin ich dann, sagen wir mal ganz vorsichtig, so nett. Jedenfalls dennoch, euch mal zur Empfehlung, bitte nicht maximal auf 50 stellen, sondern eher ein bisschen weniger. 45, 43 ist dann schon ein bisschen besser. Okay. Dann geht es weiter mit Kontrast auf 45 und auch hier die Bildschärfe wieder auf 0. Da wir wie gesagt bei ModernTVs eine Grundschärfe haben und diese Grundschärfe wollen wir nutzen. Es gibt kein Nachschärfen mehr. Wenn wir hier eine Einstellung durchführen, dann werden Konturen nachgezeichnet mit einer schwarzen Linie, um die stärker wir das einstellen, desto dicker wird diese und dann haben wir letztendlich Doppelkonturen. Was vor allem, wenn ihr Bildrauschen habt oder Kompressionsartefakte, dann werden diese nachgezeichnet und dann werden diese verstärkt und das Bild wird sehr, sehr unsauber. Okay. Dann geht es weiter mit Farbe. Dies ist bitte neutral auf 25. Sollte euch aber beim Tag das nicht farbintensiv genug sein, es kann durchaus sein, dass das Bild ein bisschen blass wirkt. Könnte hier auch auf 30 oder 32 gehen. Das wäre auch noch in Ordnung. Farbton auf 0. Bildeinstellungen anwenden auf alle Quellen könnt ihr gerne machen. Dann Bildschärfe Einstellungen habe ich hier wieder auf Aus. Dann geht es weiter mit dem Punkt Kontrastverbesserung. Habe ich auch hier dementsprechend deaktiviert. Die geht mir bei den Samsung TVs zu intensiv vor und dementsprechend werden Bildinhalte zu stark aufgehält oder abgedunkelt. Dementsprechend lassen wir das auf Aus. Diese beiden sind hier standardmäßig ausgegraut. Das ist auch okay. Sollte der Filmmodus eingeblendet sein, dann diesen bitte aktivieren. Dann geht es hier auch weiter mit dem Farbton auf Warm 2. Ähnlich wie beim SDR Nachtbetrieb gehen wir hier natürlich auch gemäß der D65 Norm für die maximale Farbgenauigkeit und dementsprechend die maximale Warmtemperatur. Ich kann verstehen, wenn ihr sagt, das finde ich zu gelb. Das Bild sieht irgendwie total gelblich-rötlich aus. Das ist vollkommen normal, wenn ihr das nicht gewohnt seid. Ich habe das früher tatsächlich auch nicht gemocht und habe früher immer gesagt, nein, ich gehe auf eine neutrale Farbtemperatureinstellung. Entweder auf neutral oder mittel oder Standard oder 0, je nachdem wie der TV-Hersteller das betitelt. Habe ich immer so gemacht. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, du testest die TV-Cell sowieso immer mit der maximalen Warm-Einstellung gemäß der Normen. Und dann habe ich dann am Anfang gesagt, okay, wieso machst du es privat nicht aus? Versuch dich doch mal daran zu gewöhnen. Habe mir dann ein Limit von drei Wochen gesetzt, habe dann entsprechend das alles so eingestellt nach Normen, habe mich daran gewöhnt und habe dann irgendwann wieder zurückgestellt und wollte das nicht mehr. Das sieht einfach nur fürchterlich aus, wenn man das anders einstellt, weil man dann wirklich sehr viel Bildbrillanz und Details verliert. Und vor allem die Hautdarstellung ist einfach fürchterlich. Ich kann überhaupt nicht mehr verstehen heutzutage, wieso ich das früher so gemacht habe, aber so ist das nun mal. Jedenfalls meine Empfehlung an euch. Solltet ihr das nicht gewohnt sein, lasst das einfach mal ein bisschen auf euch wirken. Ihr werdet feststellen, nach einiger Zeit, wenn ihr wieder zurückstellt, wow, das war ja wirklich ziemlicher Käse. Okay, dann geht es weiter mit dem Weißabgleich. Genauso wie bei SDR Nacht habe ich auch hier diesen gleichen Weißabgleich durchgeführt, welcher jetzt hier absolut optional ist. Ich habe ja im Review-Video festgestellt, dass der S95D so ein bisschen abweicht, bis ins rosa-magenta-farbene abdriftet und habe das dementsprechend mit einem total rudimentären, oberflächlichen 2-Punkte-Weißabgleich, Schrägstrich-Kalibierung entsprechend optimiert. Das kann von Panel zu Panel ein bisschen variieren und dementsprechend kann es halt sein, dass wenn ihr diesen Weißabgleich jetzt durchführt, dass das Bild ein bisschen grünig wirken könnte unter Umständen oder nicht so, wie euch das gefällt. Daher sage ich ganz offen, das ist rein optional. Ihr könnt das anwenden, müsst das aber nicht. Okay, was habe ich dort eingestellt? Zwei Punkte. Habe ich hier die gleichen Werte wie im Filmmaker-Mode angewandt, weil das sehr gut passte. Passt eigentlich grundlegend bei dem TV. Und wenn ihr euch das jetzt anwendet und sagt, grundlegend passt mir das eigentlich, aber das Bild ist ein bisschen stark grünlich. Das kann vollkommen normal sein beim QD OLED TV. Dann empfehle ich euch hier den Red Gain, die Rotsättigung entsprechend, hier noch ein bisschen wieder anzuheben. Nicht auf minus 8, sondern eher so auf minus 3, minus 4, minus 5, je nachdem wie euch das gefällt. Und dann werdet ihr feststellen, das Grün ist ein bisschen weniger im Bild. Dann kann es sein, dass das Ganze noch ein bisschen runder aussieht. Da würde ich auch so ein bisschen den subjektiven Faktor mit einrechnen. Aber das ist so meine Empfehlung grundlegend, um hier die genaue Weißdarstellung entsprechend zu bekommen. Und vor allem diesen rosa-magenta-farbenen Look heraus zu optimieren, Schrägstrich kalibrieren. Okay, weiter geht es jetzt mit dem nächsten Punkt und zwar Gamma auf 2.2. Hier weichen wir ein bisschen ab. Da wir in einem hellen Raum sind, müssen wir ein bisschen mehr die Schwarzbereiche aufhellen. Dementsprechend habe ich das auf 2.2 gesetzt. Sollte das bei euch jetzt sein, dass ihr eine starke Raumbeleuchtung oder ein starkes Tageslicht im Raum habt und ihr seht in den Schwarzbereichen immer noch nicht genug, könnt ihr hier mit den Schattendurchzeichnungen noch ein bisschen was reinarbeiten. Dementsprechend, dass es dann passt. Okay, Farbraumeinstellung auf Auto, Farboptimierung hier bitte wieder auf Aus. Dann intelligente Kalibierung bitte nicht durchführen. Das funktioniert nicht wirklich sonderlich gut. Ich habe das schon mehrmals ausprobiert. Ist nicht sonderlich zielführend. Dann Spitzenwert für Helligkeit. Das ist der Weißlichtbooster, den wir jetzt hier entsprechend noch aktivieren. Den setzen wir hier auf hoch, um nochmal ein bisschen mehr Helligkeit aus dem OLED-Panel herauszuholen. Vor allem beim Tagbetrieb eine äußerst wichtige Einstellung. Alles klar, damit haben wir jetzt den SDR-Bereich abgearbeitet und machen jetzt weiter mit den Einstellungen für die HDR. Darstellung. Diese Einstellungen treffen zu für HDR10 und HDR10 Plus Inhalte. Sehr wichtig zu wissen ist, wenn ihr jetzt HDR in Schalte schaut, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr den Raum abdunkelt. Wirklich elementar wichtig. Bei Tageslicht habt ihr keinen HDR-Effekt und dementsprechend könnt ihr euch dann auch die HDR-Wiedergabe sparen. Ganz offen gesagt, ganz, ganz wichtig für den HDR-Betrieb bitte den Raum abdunkeln. Es geht so, dass ihr dann wirklich diese Lichtspots auch sehen könnt. Das ist ja das, was HDR machen möchte. Lichtbereiche wirklich stark strahlen lassen, als wenn ihr aus einer Fensterscheibe schaut. Sehr, sehr wichtig. Mit einer hellen Raumbeleuchtung oder Tageslicht könnt ihr diesen Effekt dementsprechend zerstören. Welchen Bildmodus wenden wir denn jetzt hier an? Und zwar im HDR-Modus differenziert der Samsung TV zwischen den SDR-Einstellungen. Das heißt, er speichert das separat ab. Einmal für SDR und einmal für HDR. Und dementsprechend können wir jetzt hier wieder den Filmmaker-Mode verwenden. Und das werden wir natürlich auch dementsprechend machen. Der Filmmaker-Mode, wie ich ja schon im SDR-Nacht-Einstellungen gesagt habe, ist der einzige Bildmodus, der wirklich die wichtige Grundbasis bietet, um genaue Bildeinstellungen vornehmen zu können. Da er hier einfach gezwungen ist, gewisse Normen einzuhalten und vor allem den TV dazu zwingt, Bildverbesserer im Hintergrund zu deaktivieren und sondern das Material wirklich roh auszugeben. Okay, also wir verwenden jetzt den Filmmaker-Mode. Dann Einstellung der Bildgröße, hier wieder auf Standard belassen. Dementsprechend auf 16 zu 9 Standard und auch den Bildschirm anpassen auf 1. Sollte das bei euch ausgeblendet sein, dann liegt das daran, dass ihr im App-Betrieb seid. Vollkommen normal, das trifft jetzt hier nur auf die HDMI-Einstellungen zu. Okay, machen wir weiter mit den Experten-Einstellungen. Und dort gehen wir jetzt unter Helligkeit und das lassen wir natürlich hier in diesem Fall auf volle Pulle. Vollkommen richtig, Einstellung 50. Anders als bei SDR Tag, wo ich das zwar auch grundlegend so empfehle, aber es besser ist, es ein bisschen niedriger einzustellen, ist es bei HDR umso wichtiger, das wirklich auf das Maximum zu stellen, dass diese Lichtbereiche, die ich ja gerade schon angedeutet habe, wirklich sehr, sehr stark strahlen. Das ist ja das, was wir wollen und dazu braucht der Fernseher die maximale Performance des Panels. Dementsprechend hier bitte die Helligkeit auf 50. Dann Kontrast auch auf Maximum. HDR definiert einen klaren Unterschied zwischen dunkel und hell. Und dementsprechend müssen wir HDR hier die maximale Kontrast-Einstellung liefern. Dann Schärfe, auch hier wieder sehr wichtig, dass wir das auf Null setzen. Sonst werden wir hier um Konturen entsprechend schwarze Linien herumziehen. Da es bei modernen TVs so ist, dass die eine Grundschärfe haben. Und wir hier nichts mehr nachschärfen, das Bild wird auch nicht schärfer, wenn wir da irgendwas einstellen. Also sehr, sehr wichtig, das bitte auf Null setzen. Vor allem, wenn ihr Streaming-Dienste verwendet und diese natürlich dann Kompressions-Artefakte haben, werden die nur verschlimmert, wenn wir hier was einstellen. Ach ja, wundert euch bitte nicht, dass das Bild im Hintergrund so dunkel ist. Das liegt daran, dass das OSD so hell war und ich stark abdunkeln musste, um das Bild sauber abfotografieren zu können. Okay, weiter geht's mit der Farbe-Einstellung auf Neutral 25, Farbton auf Null. Bildeinstellung anbinden auf alle Quellen, könnt ihr gerne machen. Dann Bildschärfe-Einstellung bitte auf Aus. Dann geht es weiter mit der Kontrast-Verbesserung. Diese bitte auch auf Aus. Ganz, ganz wichtig. Wir wollen nicht, dass hier entsprechend irgendwelche dunklen Bildbereiche aufgehellt werden oder helle Bildbereiche abgedunkelt werden, sondern wir wollen hier eine neutrale Darstellung haben und keine automatische Anpassung der Gamma-Kurve. Dementsprechend Kontrast-Verbesserung bitte auf Aus. Dann HDR-Dynamik-Kompression. Das ist das Dynamic Tone-Mapping. Eine Sache, die der Samsung S95D nicht benötigt. Er schafft mindestens 1000 Nit und ca. 90 bis 95 % aller aktuell vorliegenden HDR-Inhalte liegen in maximal 1000 Nit vor. Dementsprechend brauchen wir keine Dynamic Tone-Mapping-Unterstützung. Dementsprechend deaktivieren wir das mit der Einstellung statisch. Und zusätzlich sollten wir wissen, wenn wir das jetzt mit der Einstellung aktiv aktivieren, ist das etwas, was hier die Bildqualität massiv schmälert. Da der Fernseher sehr viel Weißanteil in die hellen Bildbereiche reinrechnet, wodurch alles sehr glänzend wirkt. Das sollten wir vermeiden. Dementsprechend definitiv HDR-Dynamik-Kompression auf statisch. Dann Filmmodus. Sollte der eingeblendet sein, bitte aktivieren. Jetzt geht es weiter mit den Farbtonen. Auch hier natürlich D65-Norm, ganz klassisch. Und zwar Warm 2. Das ist sehr, sehr wichtig. Das habe ich auch schon bei dem S der Einstellung ja erwähnt, dass wir jetzt hier schon die maximale Warm-Einstellung verwenden. Wenn ihr jetzt sagt, boah nee Alter, das Bild sieht aber jetzt total gelblich aus, total rötlich. Das gefällt mir absolut nicht. Kann ich das vollkommen nachvollziehen. Und ich war tatsächlich auch mal jemand, der gesagt hat, nee ich kann diese Einstellung, das geht für mich absolut nicht. Habe ich jahrelang so praktiziert. Ich habe die Fernseher zwar mit der maximalen Warm-Einstellung getestet, aber selber privat dann gesagt, nee das ist für mich ja gar nichts. Ich verwende lieber Standard oder Null oder Neutral oder je nachdem wie der Hersteller das nennt. Habe dann aber vor einigen Jahren gesagt, nee also wenn du die Fernseher schon so testest, dann mach das doch privat auch mal. Versuch dich da mal ein bisschen dran zu gewöhnen. Das ist ja auch letztendlich besser. Dann habe ich mir gesagt, okay drei Wochen versuchst du es jetzt mal. Habe das dann dementsprechend eingestellt. Habe dann irgendwann festgestellt, nach einer gewissen Zeit, wenn ich wieder zurückgestellt habe auf die neutrale Farbtemperatureinstellung oder Standard wie auch immer, festgestellt, dass das ziemlich gruselig aussieht und ich das überhaupt nicht mehr mochte. Und dann gesagt habe, nee fahr doch mit der Normdarstellung auf Warm-2 oder einer maximalen Warm-Temperatureinstellung. Da wir hier einfach eine bessere Hautfarbdarstellung bekommen, eine bessere Farbdarstellung im Grundlink und alles wirkt natürlicher. Das ist etwas, was ich euch definitiv empfehle, wenn ihr das nicht gewohnt seid. Probiert es erstmal so ein paar Wochen aus und stellt dann fest, ob es wirklich etwas ist, was euch dann nicht gefällt. Weiter geht es jetzt mit dem Weißabgleich. Hier habe ich den gleichen Weißabgleich durchgeführt wie bei SDR Tag und Nackt. Das ist auch jetzt hier im HDR-Betrieb eine vollkommen optionale Sache und ich euch nur empfehle, wenn ihr das wirklich ausprobieren wollt. Aber ihr müsst das jetzt nicht einstellen. Das kann auch sein, dass es je nach Panel-Güte so ein bisschen unterschiedlich ist. Daher ist das etwas mit Vorsicht zu genießen. Aber ich möchte euch trotzdem gerne mitteilen. Also wenn ihr jetzt den Weißabgleich gerne durchführen wollt, für die genaue Darstellung, da der Fernseher leider ein bisschen magentafarben ist, empfehle ich euch folgende Einstellung. Und zwar unter zwei Punkte. Das heißt, diesen Weißabgleich, den ich jetzt hier durchgeführt habe, der ist komplett oberflächlich. Überhaupt nicht ins Detail bin ich da gegangen, sondern total rudimentär, simpel bin ich da reingegangen. Habt ihr die Möglichkeit, das jetzt hier so einzustellen. Da hat er bei mir die 6500 Kelvin genau getroffen und das in allen Graustufen. Wenn euch das Bild jetzt mit diesen Einstellungen zu grünlich erscheint. Ich meine, ihr seht das jetzt hier. Das ist jetzt bei mir nicht zu grünlich, sondern sehr weißneutral. Aber sollte das bei euch so sein, was normal sein könnte oder nicht unbedingt untypisch, dann habt ihr die Möglichkeit, jetzt mit der ersten Einstellung hier, R-Gain, könnt ihr jetzt hier das Ganze auf minus 3, minus 4, minus 5 einstellen. Da werdet ihr feststellen, das Grün wird ein bisschen weniger und dann habt ihr das entsprechend. Den Rest würde ich aber so eingestellt lassen, wenn ihr diesen Weißabgleich durchführen möchtet. Weiter geht es jetzt mit dem nächsten Punkt und zwar Gamma auf SD2084 belassen. Das ist vollkommen richtig hier für den HDR-Betrieb. Und dann die nachfolgenden Einstellungen, SD2084 auf 0 und Schattendurchzeichnung ebenfalls auf 0. Dann Farbraumeinstellung, hier bitte auf automatisch einstellen. Dann die Farboptimierung bitte deaktivieren. Sehr, sehr wichtig. Also das ist etwas, macht das Bild nur kunti, bunti, quietschbunt. Das wollen wir nicht, wir sind nicht auf dem Fasching, sondern wir wollen hier eine neutrale Farbtemperatur haben. Dementsprechend Farbtemperatur, Farbsättigung, Farbdarstellung und dementsprechend bitte das Ganze auf Ausstellen. Intelligente Kalibierung, kalibriert sowieso nur den Samsung eigenen Filmmodus und das ist etwas, was ich euch grundlegend nicht empfehle. Soweit ich das jetzt bis jetzt immer festgestellt habe und ausprobiert habe, ist das Ganze eher semi-gut. Okay. Und zum Schluss die Spitzenwert für Helligkeit auf hoch. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir wollen natürlich, dass die hellen Bildbereiche sehr stark intensiviert werden, sodass wir diesen HDR-Effekt bekommen. Und dafür brauchen wir den Spitzenwert für Helligkeit auf die maximalen Einstellungen von hoch. So, jetzt haben wir den ganzen Filmbereich abgearbeitet und machen jetzt weiter mit dem Gaming und setzen das Ganze fort mit den Gaming-HDR-Einstellungen. Jetzt solltet ihr wissen, dass diese Bildeinstellungen so eingestellt wurden, dass der Fernseher ein Out-to-Low-Latacy-Mode-Signal bekommt von einer Spielkonsole oder Gaming-PC. Was meine ich damit? Wenn ihr jetzt dementsprechend die Pause- und Start-Taste, also es gibt so eine Play-Pause-Taste auf der Fernbedienung gedrückt haltet, sollte dieses Menü jetzt hier erscheinen oder wenn ihr die Zahnrad-Taste drückt. Sollte das nicht der Fall sein oder der Fernseher nicht den Gaming-Mode aktiviert, einblendet oder Gaming-Mode on, dann ist der Auto-Low-Latacy-Mode nicht aktiviert und da habt ihr in den allgemeinen Grundeinstellungen vergessen, das Ganze auf automatisch zu stellen. Oder wenn euer Gerät den Auto-Low-Latacy-Mode nicht unterstützt, also ALM, dann müsst ihr jetzt in den Einstellungen unter, ich meine Verbindung war es, Spiele-Modus, das Ganze auf einsetzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wir müssen das so haben, dass der jetzt hier dementsprechend das Ganze so einblendet, wenn ihr jetzt die Play-Pause-Taste auf der Fernbedienung gedrückt haltet. Okay, dann gehen wir jetzt hier in die Einstellungen mit diesem, in dieses Zahnrad-Menü. Wenn wir da reingehen, kommen wir jetzt hier in diese sogenannte Einstellung des Spiele-Modus. Genau, das ist ja das, was ich gerade schon erwähnt habe. Und hier der Spiele-Modus muss auf automatisch stehen. Wenn jetzt der Punkt ist, ihr habt wie gesagt diese Einblendung nicht gehabt, müsst ihr das Ganze jetzt hier entweder auf Auto stellen oder auf ein. Okay, das hatten wir ja Ganze schon in den allgemeinen Grundeinstellungen schon durchgearbeitet. Virtueller Zielpunkt könnt ihr für euch selbst definieren. Surround-Sound auch. Als auch hier dynamischer Schwarz-Enhancer müsste das sein, das bitte auf null. Also da wollen wir nicht dementsprechend die Schwarz-Bereiche aufhellen lassen. Und Motion-Plus-Einstellungen für Spiel, sollte das eingeblendet sein, bitte deaktivieren. Für uns viel wichtiger ist jetzt die Einstellung Spiel-Bild-Experte. Und jetzt wird es interessant. Und zwar wollen wir natürlich die genaue Gaming-Darstellung haben und kein, ich sag mal, Bild verschlimmen besserer für Elefants mit dabei haben. Und dementsprechend ist es Ziel, den HGEG-Modus zu aktivieren. Bei den Samsung-TVs ist das nicht so offensichtlich. Der HGEG-Modus ist hier nicht einfach nur ein Schalter, den man aktivieren kann, wie zum Beispiel bei anderen Herstellern. Sondern das ist das Ganze hier ein bisschen subtil versteckt. Und zwar ist es so, dass wir das HDR10 Plus Gaming, das ist eine reine Dynamic Term Mapping Verschlimmbesserung. Das hat hier nichts irgendwie mit einem wirklichen HDR-Effekt zu tun. Das sollten wir auf jeden Fall erstmal deaktivieren. Danach HDR für Spiel auf einfach. Und wenn wir das so einstellen, dann werdet ihr schon feststellen, das Bild wird auf einmal rötlich so gelblich. Dann wird die Farbtemperatur nämlich auf die korrekte Farbdarstellung eingestellt oder Farbtemperatur eingestellt, auf Farben 2. Und dann habt ihr den HGEG-Modus aktiviert und der Fernseher geht schon in die Normdarstellung. Ohne irgendwelche Verschlimmbesserer. Sehr, sehr wichtig und damit habe ich natürlich auch den Fernseher getestet. Das war auch in dem Review-Video auch der Vergleich da inzwischen im LG G4 und dem S95D. Ganze mit HGEG-Modus. Da wir hier natürlich die Tone-Mapping-Darstellung der Konsole verwenden wollen. Das ist das Ganze, was wir mit dieser Sonne bei der PlayStation 5 zum Beispiel einstellen. Das ist ja das, was ihr dann letztendlich eingestellt habt. Und das solltet ihr erst einstellen, wenn ihr das so eingestellt habt. Sehr, sehr, sehr wichtig. Das muss so eingestellt sein und erst dann die HDR-Anpassung an der Konsole durchführen. Nicht umgekehrt, weil sonst werdet ihr ausbrennen von Details in hellen Bildbereichen haben. Sehr, sehr, sehr wichtig. Dementsprechend hier das so einstellen. Wir verwenden hier grundlegend den HGEG-Mode. Wenn ihr dann euch sagt, okay, das ist mir aber viel zu dunkel, dann ist das entsprechend eine subjektive Wahrnehmung. Ich bin da ganz offen mit euch. Ich habe das früher auch durchaus manchmal selber verwendet, weil mir das Bild irgendwie so ein bisschen zu dunkel war. Aber ich grundlegend immer schon gesagt habe, okay, ich verwende den HGEG-Mode. Ich kann aber verstehen, wenn ihr sagt, nee, das Bild ist mir zu dunkel. Das ist der richtige HDR-Effekt, den ihr dann seht. Wenn ihr nämlich jetzt hier HDR-Plus-Gaming aktiviert, werden helle Bildbereiche aufgehellt und dunkle Bildbereiche aufgehellt. Und das Bild wird einheitlich hell und ihr bekommt effektiv ein überstrahltes SDR-Bild, wenn man so möchte. Und das wollen wir natürlich verhindern. Also versucht das Ganze im abgedunkelten Raum zu verwenden und dann dementsprechend ein bisschen daran zu gewöhnen. Werdet ihr feststellen, wow, die Darstellung ist wirklich ziemlich gut. Helle Bildbereiche sehen richtig realistisch aus im Vergleich zu den dunklen Bildbereichen. Und schön Kontrast drin und alles ist nicht total überzeichnet. Daher sehr, sehr wichtig. HDR-10-Plus-Gaming auf Aus, HDR-Spiel auf Einfach. Dann die HDR-Anpassung eurer Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X, PlayStation 5, Gaming-PC an durchführen. Und danach fangen wir an mit den Einstellungen. Okay, wenn ihr das dann alles soweit gemacht habt, beginnen wir jetzt mit den Einstellungen. Ist soweit alles korrekt eingestellt, ist jetzt hier der Bildmodus Spiel ausgewählt und der Rest alles soweit ausgegraut. Das ist vollkommen korrekt so. Dann gehen wir jetzt in die Einstellungen und zwar Helligkeit auf 50. Wir sind ja hier im HDR-Betrieb. Wir wollen natürlich die HDR-Details, die HDR-Helligkeit auf maximal sehen können. Dafür brauchen wir die maximale Panel-Helligkeit. Dementsprechend das auf volle Pulle. Dann Kontrast dementsprechend auch auf Maximum, da wir einen klaren Unterschied zwischen Dunkel und Hell haben. Zwischen Weiß und Schwarz. Daher auch hier ganz klar auf 50. Das ist im HDR-Betrieb sehr wichtig. Dann Schärfe auf 0. Auch hier wieder sehr wichtig. Die modernen Fernseher haben eine Grundschärfe, die Quellenschärfe. Und wenn wir jetzt hier eine Schärfereinstellung durchführen, werden nur Kanten nachgezeichnet. Ihr bekommt Doppelkonturen und möglicherweise Bild-Artefakte. Empfehle ich euch hier Schärfe auf 0. Dann Farbe, die Farbsättigung. Wir wollen hier kein Kunti-Bunti. Dementsprechend, ganz wichtig, das Ganze auf neutral und zwar 25. Dann Farbton auf 0. Wenn jetzt hier etwas entsprechend sich einstellen lässt, dann lass das bitte so eingestellt, wie ich es hier einblende. Also Bildeinstellung anwenden auf alle Quellen und Bildschärfe-Einstellung auf Aus. Sollte aber im Spielmodus dementsprechend ausgegraut sein. Dann geht es weiter mit der Kontrastverbesserung. Die wollen wir natürlich deaktivieren. Ich meine, sie ist auch standardmäßig deaktiviert. Das ist eine automatische Anpassung der Gammakurve. Das wollen wir nicht. Das ist eine ähnliche Verschlimmbesserung wie dieses HDR10 Plus Gaming. Das wollen wir entsprechend vermeiden. Wir wollen den klaren Unterschied zwischen hellen und dunklen Bildbereichen behalten. Den guten Kontrast lassen wir uns natürlich auf Aus. Und der nächste Kandidat, der hier sträflicherweise noch zusätzlich aktiviert werden kann. Und zwar die HDR-Dynamik-Kompression auf Statisch. Jetzt liegt hier eine kleine Falle. Und zwar, wenn ihr jetzt beim HDR-Dynamik-Kompression das Ganze auf Aktiv stellt, deaktiviert ihr den HGG-Mode. Weil dann nicht mehr die Tone-Mapping-Empfehlung der Konsole verwendet wird, sondern der Fernseher führt wieder ein eigenes Tone-Mapping durch. Das wollen wir nicht. Dementsprechend, ganz, ganz wichtig, zwingend erforderlich im HGG-Gaming oder HDR-Gaming das Ding auf Statisch stellen. So, Filmmodus ausgeräut, korrekt so. Farbton auf warmen 2. Das ist sehr, sehr wichtig. Moderne Games sind auf eine D65-Darstellung optimiert. Entsprechend auf 6500 Kelvin. Dann müssen wir das Ganze auf warmen 2 stellen, um die perfekte Weißdarstellung zu bekommen. Und vor allem die perfekte Darstellung von Farben an sich. Man sieht das jetzt auch hier so, dass so Bodentöne, so Brauntöne und so weiter richtig genau sind. An sich sämtliche Farbtöne. Jetzt habe ich aber auch hier wieder ein Weißabgleich durchgeführt. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen, dass das Ganze jetzt optional ist. Ihr könnt das durchführen, aber ihr müsst wissen, dass dieser Weißabgleich natürlich jetzt mit meinem S95D durchgeführt wurde. Und euer Panel kann so ein bisschen verschieden sein. Die sind nicht komplett alle extrem unterschiedlich. Es kann da kleine Diskrepanzen geben. Das heißt, wenn ihr diesen Weißabgleich durchführt, kann das für euren S95D funktionieren. Muss aber nicht. Daher optional, ihr könnt es ausprobieren. Aber wie gesagt, wenn es nicht passt, könnt ihr es auch wieder zurücksetzen. Also, wenn ihr den Weißabgleich anpassen wollt unter zwei Punkte, habe ich auch hier wieder die gleiche Einstellung wie bei den anderen Bildmodi. Und wenn ihr das jetzt anwendet und sagt, das Bild ist jetzt aber irgendwie grünlich, dann habt ihr hier dementsprechend das Problem, dass euer Panel weniger rötlich durchzeichnet ist als meins. Und daher ist es dann zu wenig rot rausgenommen. Also, wenn euch das Bild zu grünlich erscheint, empfehle ich euch hier unter Airgain nicht auf minus 8 zu gehen, sondern eher auf minus 3, minus 4, minus 5. Und dann entsprechend zu sehen, okay, wenn das Bild dann nicht nur zu grünlich optisch wirkt, dann habt ihr hier die richtige Einstellung. Dann könnt ihr ruhig so ein bisschen subjektiv rangehen. Vollkommen in Ordnung. Den Rest könnt ihr aber so eingestellt lassen, wie ich es euch hier empfehle. Okay, weiter geht es mit dem nächsten Punkt. Gamma ST2084 bitte eingestellt lassen. Wir sind hier im HDR-Betrieb. Dementsprechend ist das vollkommen direkt so. Und die beiden Zusatzfunktionen unter Gamma bitte auf 0 belassen. Also ST2084 und Schattendurchzeichnung. Dann, Farbraumeinstellung bitte auf Auto. Wir wollen kein Kunti-Bunti. Der S95D spratzt sonst hier den Farbraum auf, wie ich es festgestellt habe, mit der Einstellung, die normalerweise gewählt ist. Das wollen wir nicht. Dementsprechend das bitte auf Auto belassen, dass wir keine überzeichnete Farbdarstellung bekommen, sondern alles neutral ist. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, wo ich mich im Review Video ja riesig gefreut habe, dass diese Farboptimierung im Spielmodus endlich optional ist. Bei den früheren Samsung OLED TVs war es ja so, dass dieses nicht optional war, sondern diese Einstellung wirklich im Hintergrund auf volle Pulle lief, auf Maximum, und dementsprechend alles farblich total überzeichnet wurde. Das hat nichts mit einer Farbleuchtintensität zu tun, sondern letztendlich nur mit einer digitalen Nachsättigung der Farben, was nichts mit einer genauen Darstellung zu tun hat. Dementsprechend bin ich froh, dass diese Option jetzt nun endlich zur Verfügung steht. Und das Ding aktivieren wir natürlich mit der Einstellung auf Aus, weil wir sonst dementsprechend, wie gesagt, eine viel zu überzeichnete Farbdarstellung bekommen. Intelligente Kalibierung ist ausgegraut, das ist korrekt so, und Spitzenwert für Helligkeit brauchen wir für HDR. Das heißt, die maximale Weißlicht-Booster brauchen wir, und dementsprechend das Ganze bitte hier mit der Einstellung auf Hoch aktivieren. So, kommen wir nun zum letzten Kapitel, und zwar den SDR Gaming-Einstellungen. Die SDR Gaming-Einstellungen sind optimiert für eine Nintendo Switch-Konsole. Das wurde sich früher sehr oft von mir gewünscht, und das mache ich jetzt auch standardmäßig bei jedem TV so, dass ich die SDR-Einstellungen für die Nintendo Switch optimiere. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Xbox Series X genommen, habe diese so eingestellt, dass sie ein Full-HD-Signal ausgibt mit 60 Hertz, und entsprechend alle sonst weiteren modernen Gaming-Features sind deaktiviert. Sei das VRR oder Autololaticy-Mode und so weiter. Sodass es so ist, als wenn ich eine Nintendo Switch simuliere. Wenn ihr diese SDR Gaming-Einstellungen jetzt für eine moderne Konsole wie Xbox Series X, Playstation 5 oder auch einen modernen Gaming-PC anwendet, weil ihr da natürlich auch SDR-Games spielen könnt, gibt es so ein, zwei Punkte, die ihr etwas anders einstellen müsst. Das werde ich aber jetzt hier in diesem Video gleich noch mit erwähnen. Okay, beginnen wir also jetzt mit den Einstellungen. Da die Nintendo Switch-Konsole kein Autololaticy-Mode unterschützt, müssen wir jetzt den Spielmodus einmalig aktivieren für den Eingang der Nintendo Switch-Konsole. Da gehen wir jetzt hier unter Verbindung, Einstellung des Spielmodus unter Spielmodus auf 1. Auto bringt hier nichts, weil die Nintendo Switch-Konsole, wie gesagt, kein Autololaticy-Mode-Signal liefert. Dementsprechend das Ganze auf 1. Und dann gehen wir noch unter den Punkt Spielexperte. Den Rest bitte so eingestellt lassen, wie es hier steht. Und auch Motion Plus-Einstellungen für Spiel auch dementsprechend bitte deaktivieren. Und vor allem den dynamischen Schwarz-Enhancer bitte auch auf 0 setzen. Okay, Spielbild-Experte-Einstellung. Und auch hier ist es sehr, sehr, sehr wichtig, warum auch immer man im SDR-Betrieb jetzt hier HDL 10 Plus Gaming aktivieren kann. Das sagt eigentlich auch schon sehr viel über diese Einstellung aus, dass das alles nur eine reine Software-Sache ist, die hier drüber gekleistert wird und nichts mit einer wirklichen Bildverarbeitung zu tun hat. Und dementsprechend bitte HDL 10 Plus Gaming für SDR deaktivieren. Okay, weiter geht es jetzt mit den Einstellungen. Wenn ihr das soweit alles richtig eingestellt habt und eure Nintendo Switch-Konsole ist ein und ihr seht jetzt hier, dass der Spielmodus aktiviert ist und das alles ausgegraut ist, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Wir gehen jetzt in die Experten-Einstellungen und setzen hier jetzt die Helligkeit auf 35. Ich habe die Nintendo Switch-Einstellungen so optimiert, dass diese so eingestellt sind, dass man mit einer Raumbeleuchtung arbeitet. Meistens werden die Nintendo Switch-Konsolen ja von Kindern verwendet und da ist es natürlich so, dass diese jetzt nicht unbedingt in abgedunkelten Raum sitzen sollten und dementsprechend Videospiele spielen sollten. Da empfehle ich schon eine Raumbeleuchtung und dementsprechend auch hier dann natürlich eine etwas höhere Panel-Helligkeit-Einstellung, weil sonst kann man nichts mehr erkennen. Meine Empfehlung ist jetzt hier die Einstellung von 35. Dann Kontrast auf 45, Schärfe auf 0. Auch hier ist es so, wenn die Nintendo Switch-Konsole eine Full-HD-Konsole ist, werdet ihr damit nicht mehr Auflösung aus dem Bild bekommen, wenn ihr jetzt hier eine Schärfereinstellung vornehmt, sondern ihr werdet nur Konturen entsprechend nachzeichnen und dafür sorgen, dass es Doppelkonturen und Artefakte gibt. Also bitte die Schärfe auf 0. Dann Farbe auf 25. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir werden gleich unten noch entsprechende Einstellungen vornehmen für die Farboptimierung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir gucken noch mal ganz kurz, dass ich hier schaue. Genau, das mache ich. Daher ist es sehr, sehr wichtig, die Farbeeinstellung hier auf 25 zu setzen. Das Ganze auf eine neutrale Farbeinstellung. Dann Farbton bitte auf 0. So, die beiden hier sind ausgegraut. Wenn diese nicht ausgegraut sind, was ich nicht glaube, solltet ihr das aber so einstellen, wie es hier steht. Dann geht es weiter mit der Kontrastverbesserung. Die bitte auf jeden Fall deaktivieren. Wir wollen jetzt hier keine automatische Anpassung der Gamma-Kurve haben und dementsprechend das Ganze bitte auf Aus, weil sonst kann es zu einem Überzeichnen der Weißdetails bekommen oder einem Ausbleichen der Schwarzbeinhalte. So, die anderen beiden hier, HDR-Dynamik-Kompression auf Statisch. Das sollte definitiv ausgegraut sein, ist auch korrekt so. Und Filmmodus, wenn diese aktivierbar ist, bitte auf Aus. Dann Farbton auf Warm 1. So, jetzt kommen wir hier zu einer kleinen Diskrepanz, zu den anderen Bildeinstellungen. Bei älteren Spielen, zum Beispiel Generation Playstation 3, ist es so, dass die teilweise nach D93 optimiert sind. Sprich für eine Standard-Farbtemperatureinstellung, für eine mittlere, neutrale Farbtemperatureinstellung. Das ist etwas, was natürlich hier so ein bisschen in einem Widerspruch steht zu dem, was mit modernen Games ist. Die sind ja eher für eine warme Farbtemperatureinstellung optimiert. Und daher habe ich mich jetzt hier für einen Mittelweg entschieden. Und zwar für die Warm 1-Einstellung, wo die Samsung TVs ja eine ganz gute Darstellung grundlegend bieten. Und da ist es jetzt so, zum Beispiel wenn ihr jetzt ein Spiel wie The Legend of Zelda Tears of the Kingdom spielt, habt ihr damit eine sehr gute Darstellung der einzelnen Farbelemente und der Farbtemperatur. Daher meine Empfehlung hier auf Warm 1. Warm 2 wäre ein bisschen zu heftig, es sei denn zum Beispiel, ihr verwendet keine Nintendo Switch-Konsole, sondern nur eine Playstation 5 oder eine Playstation 4 Pro oder ein Gaming-PC mit modernen Games. Dann wäre es hier optional schon eine Idee, die Warm 2-Einstellung zu verwenden, wobei ich euch eher Warm 1 empfehle. Okay, Weißabgleich habe ich hier in dem Fall nicht eingestellt. Gamma BT1886 gemäß entsprechender Normdarstellung und dann entsprechend die nachfolgenden Einstellungen BT1886 auf 0 und die Schattendurchzeichnung ebenfalls auf 0. Und jetzt habe ich hier die Farbraumeinstellung auf Normal gesetzt und das ist etwas in Kombination mit der Farboptimierung auf gering. Also wir kümmern uns jetzt hier effektiv um diese beiden Einstellungen. Das ist nur was für die Nintendo Switch-Konsole oder grundlegende Nintendo-Konsole. Da ich hier schon irgendwie sage, okay, man könnte das so ein bisschen farbintensiver schon haben bei den Nintendo-Konsole, das sieht so ein bisschen peppiger aus. Wenn euch das nicht gefällt, dann bitte die Farbraumeinstellung auf Auto und die Farboptimierung auf Aus. Nur in diesen Fällen. Oder wenn ihr jetzt eine Playstation 5 oder wie gesagt eine moderne Konsole verwendet oder ein Gaming-PC, dann lasst bitte auch Farbraumeinstellung auf Aus und Farboptimierung auf Aus. Für die Nintendo Switch empfehle ich das mal so einzustellen. Okay, intelligente Kalibierung ist ausgeraunt, das ist korrekt so und hier habe ich noch den Spitzenwert für die Helligkeit ebenfalls auf volle Pulle gestellt. Das kann hier entsprechend so ein bisschen mehr Finesse noch aus dem Bild heraus und so einen kleinen echten HD-Effekt produzieren und dementsprechend das Bild noch ein bisschen aufwerten. Daher habe ich mich hier entschieden den Spitzenwert für Helligkeit auf hoch zu stellen. Ja und damit sind wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen. In diesem Video habe ich euch jetzt meine normperfekten Bildeinstellungen für den Samsung S95D präsentiert. Diese Einstellung, wie gesagt, könnt ihr für euch übernehmen, müsst dies aber nicht. Ihr könnt natürlich daraus auch eure eigenen Bildeinstellungen basteln. Ihr solltet nur wie gesagt wissen, wenn ihr diese Bildeinstellungen 1 zu 1 übernehmt, bekommt ihr normperfekte Einstellungen. Dementsprechend eine sehr gute Darstellung ab Werk ohne Kalibrierung. Okay, das auf jeden Fall dazu. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Einstellen und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr in Zukunft solche spannenden Tipps-Videos wie dieses hier nicht verpassen wollt, solltet ihr das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen, sowie das Aktivieren der Glocke. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine schöne ohne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!